Das ist die erste Mannschaft des SVLock-Staatswochen. Ich bin Paul, der erste und kleinste Herr der Mannschaft. Ich bin Anton, ich hab die Falsche. Hallo, ich bin Lukas, der Schnitzel der Mannschaft. Ich bin Matze und der Sturm Älteste mittlerweile. Ich bin Marie, ich bin die Fehlstelle im Team. Hallo, ich bin Laura, der General der Mannschaft. Ich bin Luca und ich hab den Winkel. Und wir fahren alle mit einem einfachen Spott. Freit! Das ist die erste Mannschaft. Das ist die erste Mannschaft. Das ist die nächste Mannschaft. Wie macht die Lok? Tut tut!